Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe, hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute Royal Heroes. Ein neues Game, das ich euch gerne vorstellen würde. Ich habe schon mal ein bisschen angezockt. Es ist so eine Art, wie soll man das erklären? Also zwei Armeen kämpfen gegeneinander. Wir müssen unsere Armee gegen die Gegnerische schicken und es hat RPG Elemente. Wir können aufleveln, wir können den Gegenstände herstellen. Es hat etwas magisches an sich und das Game ist sehr laut. Ich habe es auf zehn Prozent runter und noch mal leiser gestellt den Ton in Windows. Also es ist sehr laut, aber ihr habt es angenehm, denn wie gesagt, ich habe es eingestellt. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Einen neuen Spielstand. Zack, boom, bang, da sind wir. Es ist auch komplett deutsch. Es ist ein Mobile Game, was übernommen wurde vom, jetzt muss ich noch mal zurück hier. Ja genau, die Musik habe ich abgestellt, weil die ist ein bisschen buggy. Also es ist ein Mobile Game, was auf dem PC übernommen wurde. Es ist gerade ausgekommen und ich möchte euch gerne vorstellen. Die Grafik ist ultra scheiße. Anders kann man das nicht ausdrücken, aber das Spiel ist wirklich klasse. Es macht Spaß. Es ist ein Suchtfaktor. Und ja, ich habe schon mal ein, zwei Stunden gespielt. Ich wollte es nur antesten und dann habe ich so dahin gezockt und irgendwann habe ich mir gedacht, dann kannst du das ja klar aufnehmen auch. Und jetzt hat man nochmal angefangen. Ich nehme jetzt das hier, da kriegen wir Ressourcen. So, was wir jetzt brauchen, ich zeige euch mal die Karte, die ist irrsinnig groß. Auf einem so einen Ding gibt es zehn Wellen, Waves, wie nennt man das, Kämpfe. So, dann zählen wir die durch. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, dreizehn, falls das nicht daraus noch eins ist. Und was das da oben ist, weiß ich noch nicht. Das ist der Level, den wir haben. Je höher der Level, desto mehr Armeen können wir mitnehmen ins Feld. Wir müssen jetzt eine Armee kaufen. Wir fangen mal, irgendwo muss man anfangen. Also würde ich sagen, wir nehmen nochmal diesen Bronzebecher, dann kriege ich hier einen spitzenmäßigen Zauberer. Der heißt Jude. Da sage ich mal nichts dazu, wer auf den Namen gekommen ist, bitte. Also, wir nehmen den Typen hier. Mindestens fünf Helden. Okay. Dann nehmen wir nur den und den. Und was ich jetzt noch brauche, wäre noch ein weiterer Held. Genau. Einen zweiten Helden wollen wir noch. Einen Fernkämpfer und noch ein Nahkämpfer. Die kann man natürlich auch leveln. Es gibt XP-Boosts und so weiter. Und hier können wir jetzt fünf aufstellen für den Anfang. So, wir nehmen nochmal den Zauberer. Wüsste nicht, warum ich den vorgeben sollte, aber okay. Den gehen wir eher nach hinten. So, dann den gehen wir nach vorne. Das Spiel sagt mir jetzt ein bisschen, was ich machen soll, aber ich mache da mein eigenes Ding. So, den gehen wir hier schön in die Mitte. Und hier gehen wir auch nur welche hin. So, jetzt haben wir... Oh, wir können nur fünf sehe ich gerade. Okay. In dem Sinne würde ich sagen, lass mal die fünf. Oder soll man mehr auf Fernkampf? Ich weiß nicht recht, Leute. Ich schwöre ich nicht recht. Lassen wir es mal so. Ist schon okay. Der Fernkämpfer da, der muss nur warten. Hier kann man die jetzt aufleveln, denen mehr Leben geben und whatever. Also, die können richtig leveln. Das ist irrsinnig praktisch. Und ihr könnt denen auch immer Spezialfähigkeiten geben. Der zum Beispiel... Das geht durch das Fähigkeitsbuch. Was geben wir dem? 50% mehr Heilkraft. Das ist was Nützliches. Was geben wir dir? So, jetzt kann ich schon zahlen dafür. Widerstand, Panzerung. Wir geben dem Damage. Damage ist immer gut. Was geben wir dir? Ausweichen. Damage. Jeder kriegt hier Damage. So. Mehr kann ich mir nicht leisten. Man kann die einzelnen Armeen größer machen. Also nochmal zurück. Ihr seht hier einen Mann. Und der Mann besteht aus einer kleinen Armee. Mit zwei, drei, vier, fünf, wieviel noch immer Männer. Und das kann man dann upgraden. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rein hier. In das erste Match. Zack, ist der Gegner. So. Nach 30 Sekunden kriegt man nur mehr zwei Sterne. Irgendwann mal einen Stern. Und wenn man verlieren kriegt, man dreht den Arsch. Die, die sterben. Die sterben nicht wirklich. Das ist nur auf dem Schlachtfeld. Also die leveln brav mit. Ihr seht, das haben wir jetzt gut hingekriegt hier. Zack. 20 Sekunden. Absolut top. Wir kriegen hier Gegenstände. Die kriegen wir nachher. Da können wir was craften und so weiter. Ihr seht, die leveln auch wunderbar. Sogar der Jude hier hat gelevelt. Also wer auf den Namen gekommen ist, Respekt. Sag ich mal nix dazu. So. Jetzt können wir hier vielleicht noch dem noch was geben. Den geben wir auch. Damage. Damage ist wichtig. Und weiter geht's. Wir gehen gleich zum nächsten. Level 2. Let's go. Unser Ziel ist es, immer drei Sterne zu haben, Leute. Das wird manchmal sehr schwer. Man kann die Levels auch wieder machen. Das geht ja schnell. Ihr seht es ja eine halbe Minute. Minute höchstens. Und da müssen wir ein bisschen leveln. Geld leveln. Die Leute von uns aufleveln. Und so weiter. Also das dauert dann alles ein bisschen. Aber ja. So ist das Spiel sozusagen. Es ist halt vom Mobile übernommen. Und ja. Nicht so schlecht, sag ich mal. Es macht irrsinnig viel Spaß. Das Einzige, was halt nervt, ist ein bisschen die Grafik. Aber okay. Damit kann man leben. Gibt Schlimmeres, Leute. So. Wenn wir jetzt hier schauen. Wir sind jetzt aufgestiegen. Jetzt können wir einen Mann mehr mitnehmen. Dann darf der da mit. Die haben auch alle Namen hier. Ihr seht, die Namen sind teilweise doppelt. Das ist jetzt nicht so gut. Die deutsche Sprache hier ist auch sehr zweifelhaft grammatisch übersetzt. Also. Ja. Grafik sag ich nur. Aber das Spiel an sich ist wirklich super. Und da kann man auch nicht meckern. Also ich finde das Game echt klasse. Macht irrsinnig viel Spaß. So. Jetzt geben wir dem da nur was. Dem geben wir auch Damage. Damage. Da hast du schon Damage oder was? Ah ne. Das haben wir jetzt gratis gekriegt. Supi. So. Du brauchst nur was. Was gebe ich dir? Damage. Du kriegst auch Damage mein Freund. Moment. Jetzt hat er 45 und noch einen. Jetzt hat er einen zweiten Level. Dann können wir dem dann noch was geben. Aber da brauchen wir Gold. Und das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Was wir aber nur machen können. Ist dem ein bisschen mehr Leben zu geben. Da den Burschen. So. Das kostet auch Gold. Dann hat er statt 108. T-t-t-t-t 115. Aber was das da sein soll weiß ich nicht. Ich glaube das ist die Gruppe. Wenn ich jetzt dem hier noch einen Mann dazu geben will. Das kostet schon 1300 und nachher dann noch mehr. Also das kostet richtig Asche Leute. So. Dann gehen wir in Level 3. Machen wir gleich weiter. Jetzt haben die auch schon Fernkämpfe. Aber okay. Das ist jetzt nicht das große Problem denke ich. Macht die Schweine alle her. Ja man. So. Also ihr seht es geht eher auf Schnelligkeit hier. Weil sonst kriegen wir keine 3 Sterne. Ich habe auch eins gelernt Leute. Geschwindigkeit ist hier alles. Es ist nicht immer nur Stärke oder Passiv oder whatever. Es ist wirklich Geschwindigkeit. Das heißt gebt euren Einheiten lieber Geschwindigkeit. Bevor ihr ihnen Verteidigung gebt. Weil ihr könnt ja. Was weiß ich. Wir können das jetzt nochmal hier machen. Dann kriegen wir wieder ein bisschen Geld und so weiter. Da können wir uns Gegenstände auszahlen lassen. Das X2. Weiß nicht. Bedeutet wahrscheinlich dass wir mehr kriegen. Das können wir ein bisschen stapeln. Dann kriegen wir mehr raus. So. Wir gehen gleich in den Level 4. Jetzt wird es natürlich immer schwieriger. Und immer mehr Gegner. Also man muss sich auch ein bisschen anpassen dann. Und aufleveln. Und upgraden. Und Gegenstände herstellen. Und whatever. Können wir im Moment noch nicht. Es gibt Ausweichen. Es gibt Rüstung. Es gibt was weiß ich. Also man kann denen viel lernen hier. Wichtig ist nur unter 30 Sekunden. Weil dann haben wir drei Sterne. Aber ihr werdet merken. Nicht immer gewinnt man. Es gibt auch Bosse hier. Das sind ja richtige Drecksäcke. Denen habe ich auch schon Bekanntschaft gemacht. Das ist richtig ungut. Aber hey. So ist das Leben Leute. So. Jetzt schauen wir mal was wir hier noch machen können. Wir könnten jetzt zum Beispiel dem einen Mann dazugeben. Das zeige ich euch. Dann hat der einen Mann mehr. Noch ein Mann. Der würde dann schon 3200 kosten. Also wesentlich mehr Geld. Dem können wir auch noch einen Mann mehr geben. Dass die Helden hier ein bisschen gepusht sind. Sozusagen. Die Helden sind ja die wichtigsten. Das sind die stärksten Einheiten. Wenn ihr schaut. Ich gehe jetzt nochmal rein. So ein bisschen hin und her. Aber okay. Der macht 18 Damage. Und der normale hier. Gut. Der macht auch 17 Damage. Das ist ja fast das gleiche. Aber der Helden hat halt hier nur irgendwelche Fähigkeiten. Zusätzlichen Schaden an Riesen. Extra Schaden an Gebäuden. Gebäude gibt es auch anscheinend. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Und Reparatur. Er kann irgendwas reparieren. Whatever. Whatever. So. Und wir. Leute gehen mal in den Level 5. Ich glaube da lernen wir den ersten Boss kennen. Das ist der. Da kriegen wir so einen Krug. Einen Goldkut. Wenn wir es schaffen. Der große Schamane ist das. Der kann auch heilen und so. Das ist richtig ungut. So. Unten schaut es ein bisschen scheiße aus. Oben geht es super. Dann haben wir ein bisschen knapp mit 30 Sekunden hier. Aber wir kriegen das auch hin. Es geht Richtung Schamane. Komm. Komm. Drauf auf die Sau. So. Jetzt. Alle nach oben da. Kommt. Oh. Zwei Sterne. Zwei Sterne. Aber Leute. Das schaffen wir. Da müsst ihr halt upgraden. Und alles mögliche noch machen. Vielleicht eine größere Armee. Also man kann nicht alles sofort auf zwei Sterne haben. Ja. Das muss man dazu sagen. So. Was haben wir jetzt hier? Jetzt können wir diesen Goldkrug benutzen. Da haben wir einen super. Das. Weiß nicht. Was das ist. Mag er vielleicht. Was ist das für einer? Aber 17.000 Gold. Also da müssen wir ein bisschen sparen. Leute. Hier gibt es nur extra Sachen. Die kriegen wir hin und wieder. Das ist vom Mobile ein bisschen übernommen. Wie das funktioniert weiß ich noch nicht so genau. Wir haben hier was zum Zaubern. Ich habe keine Ahnung was das sein soll. Hier ehrlich gesagt. Da kriege ich eine Wasserruhne. Heilt freundliche Ziele und verursacht Schaden an gegnerischen Untoten. So. Das kann man anscheinend auch ein bisschen. Ja. Das nehme ich jetzt mal. Das können wir jetzt mitnehmen. Dann können wir unsere Einheiten anscheinend heilen. Das kann man auch leveln. Also das hatte ich noch gar nicht gesehen. Das finde ich aber super. Jetzt haben wir auch Zauberleute. So. Was machen wir jetzt? Viel können wir nicht machen. Ich könnte es jetzt probieren. Indem wir das nochmal probieren hier. Also ich kann jetzt einmal heilen hier. Das geht in einem Gebiet. Da wartet man bis die natürlich Damage kriegen hier. Oder auch hier unten. Dann heilt man die. So. Dann sterben sie nicht. Und wenn sie nicht sterben, hauen mehr Leute zu. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis hier. Und so ist man vielleicht schneller am Ziel. Die Bogenschützen treffen natürlich gut, wenn der ruhig hält. Darum sind die Nahkämpfer auch sehr wichtig. So. Wir haben nur 5 Sekunden. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Aber es ist knapp. Es ist knapp. Um eine halbe Sekunde haben wir es nicht geschafft. Also ihr seht, es ist schon ein bisschen besser geworden. Nur mit diesem Heilen da. So. Jetzt schaue ich, ob ich irgendwas machen kann. Wir können da sicher jemandem ein bisschen Leben spendieren. Zum Beispiel dir. Also mit dir gibt es nichts. Denen können wir nichts da. Da ist noch keiner aufgestiegen. Okay. Jo. Dann versuchen wir das jetzt nochmal. Vielleicht schaffen wir es. Das Heilen. Gehen wir wieder da unten oder? Ja. Unten. Da ist es wichtiger. So. Den einen da müssen wir auch noch. Oben sind wir schon durch. Ich glaube jetzt schaffen wir es. Das sieht gut aus. Wenn der mal stehen bleiben würde. Jetzt treffen meine Fernseher. Oh. Das ist es. Wenn die rum gehen. Dann treffen die nicht. Und das kostet so viel Zeit. Ihr seht es ja. Lass mal da dann immer nachkommen. Jetzt sind wir noch langsamer wie vorher. Also richtig ungute Sache. No. Das war natürlich nicht klasse. Das war blöd. Vielleicht noch eine Spur später heilen. Ansonsten schau ich. Was kann man machen. Wir haben Aufstiegsfläschchen. Die können wir vielleicht dem auch mal geben da. No. Gehen wir dem noch rein. Jetzt ist er Level 3. Dann können wir dem mehr Leben geben hier. So. Und vielleicht auch das da noch. Was kriegt es da? Erfahrung absoluter Schaden. Absolute Schaden. Plus 30%. Aber wisst ihr was? Ich lasse den lieber leveln. Ehrlich gesagt. Widerstand. Erfahrung. Absolute Schaden. Ich lasse dem lieber die Erfahrung. Ich glaube das bringt dem mehr. Hier können wir eben auch noch was geben. Aber da habe ich nicht genug Geld. Ich gebe dem einen Heiltrank. Das ist das Beste was wir machen können. Aber Problem ist. Ich habe nicht genug Geld. Das heißt. Wir müssen wieder ein bisschen leveln. Und ich würde sagen. Wir probieren es jetzt nochmal hier. Das muss ja irgendwie gehen. Und mal schauen ob man diesmal Glück haben. Jedes Match geht anders aus. Das ist ja mit Blocken. Verteidigung und so. Es ist nicht immer das gleiche. So. Sehr spät habe ich das jetzt gemacht. Ihr seht es. In der Hoffnung dass diesmal mehr bringt. So. Den müssen wir jetzt platt machen. Drauf auf den. Diesmal sieht es besser aus. Ich glaube jetzt kriegen wir es hin. Leute. Der ist dran. Der da oben auch so gut wie. Der eine da noch. Und wir haben es. Seht ihr. Haut hin. Das ist alles eine Sache der Timing. Jetzt haben wir das super hingekriegt. Ne. Und wir sind auch eine Stufe höher. Kann ich wieder einen Mann mitnehmen. und ja ich überlege gerade was wir mitnehmen. Schauen wir mal was haben wir denn hier. Fernkämpfer Nahkämpfer. Der ist ein bisschen teuer. Ich nehme mal einen Nahkämpfer. Bei einem Mann mehr das ist immer gut. Und den geben wir mal da runter. So. Man sollte natürlich die ein bisschen mitleveln lassen. Weil die sind jetzt schon ein bisschen oben. Ja der ist schon Level 2. Und der hat noch gar nichts. Darum gebe ich dem jetzt die zwei Flaschen. Dann ist der auch Level 2. Auf Deutsch ich bevorzuge ihn jetzt ein bisschen. So. Dem geben wir auch noch was. Jeder kriegt hier was. So. Was kann man dem noch geben. Zumindest 1 ist kostenfrei. Das andere muss ich nur blechen. 20 Damage haben wir rauf. Gut. Ja. Und dann gibt es einen Trank. Aber da reicht das Geld nicht. Darum werden wir weitermachen. Mit dem Level 6. Im ersten Kampfgebiet. Jetzt werden es schon mehr Feinde. Ihr seht. Ja wir verfehlen auch oft. Also der hat viel Ausweichen. So wie das ausschaut. Ja. Es sieht aber ganz passabel hier aus. Wobei es oben besser geht wie unten. Das sehe ich schon. So. Wir haben es aber gut hingekriegt. 21 Sekunden ist mit Sicherheit nicht schlecht. Das ist mit Sicherheit nicht schlecht. So. Wir sparen jetzt auf diese 17.000. Da haben wir irgendwas gekriegt. Irgendein Event haben wir gewonnen. Da kriegen wir Kohle. Jawohl. Und irgendwas. Da haben wir auch was. Was ist das? Neue Fähigkeit haben wir gelernt. Keine Ahnung was das ist. Ist das hier was? Ja. Das Level-Chain wird man es benutzen immer. Also das hat richtig Vorteile im Fett. Im Kampf. Wir gehen in den 6er Level. Man muss sehr genau überlegen wo man heilt. Wir haben das nur einmal. Mal. So. Das setze ich jetzt unten ein. Die unten können es mehr brauchen wie die oben. So. Kommen aber gut vorwärts. So. Oben auch. Jetzt die Scheiße hier noch. Genau. Alle drauf auf die Sau. Und dann auf den da. Oder auf die da oben noch. Kommt schon Jungs. Behält euch. Schöne 28 Sekunden. Wir kriegen Gold. Am Schluss kann man sich nur die Stats und alles anschauen. Aber das. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Untertitelung des ZDF. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.